der nächste mission und die heißen und danach die canadien open let's go 5900 ist das große ziel aber gucken wir von den ferrari nehmen machen wir auch steck mal in der bergreihe und gibt ihn wissen ja langsam wie es geht wir mitbekommen wenn wir wieder nicht beendet es geht ja nicht weiter ja auch wahrscheinlich auch noch nicht genauer auf jeden fall über der weise man wirst ja 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 und dann gucken wir mal die Kippe zwar mit geschafft die aufgabe hat es alles egal war jetzt erstmal du auch geschafft für die aufgaben so ich kenne die noten ich habe mich mit dem lotus geschlagenen wird es exiget die karte die 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 so wir haben noch mal kurze folgen also kann auch so ein guter nicht lange folgen sind ich mache das ja bewusst immer nur zwei dinge pro folge dann ist die kurze knackig mit über viele folgen dann andere graus ballern kann gerade bei auch bus simulator läuft ja nebenbei so ab geht's ich hoffe es hat weh getan mann 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 mann, ich hatte assi, sorry, entschuldige für die worte ausweiten ich will mal wieder ein rennen gewinnen, ich will nicht immer nur zweiter, dritter, fünfter oder? immer wieder einen kleinen vor mir da bin ich doch nicht besser aus der Kuppe rausgekommen, sehr geil jetzt haben wir mal jetzt führen wir mal ein rennen wie sie da an wir haben es ja auch im letzten Folge mal ganz kurz ein was am ende die entscheidung brachte hier rechts gezogen das ist nicht wahr, genau das was ich meine dieser scheiß quersteher, die kommt bis direkt zweiter wieder tin jetzt gehen die bisschen besser aus ich muss sie in die Kurve geschnitten, um desto vorbei auf плат ihren kann ich will sich fahrchen damit du nicht da war macht sich aus dem weg mann ich will scheiß rennen gewinnen das ist doch nicht wahr mann ich schon wieder das ist das krischen ich darf kein rennen mehr gewinnen ich werde im maximalen zweiter man schon wieder abgeschleunigt dass die nicht gekriegt hat man schon wieder von so mann schon wieder von dem kontra hinten gepackt ich habe nur in dieser aufnahme ist noch kein einziges rennen gewonnen normalerweise gewinne ich die regelmäßig aber hier lässt mich das gerade ein bisschen kalt dass ich das nicht gewinnen darf ich werde immer zweiter und schon wieder nur von platz zwei nächster anlauf ist dann hier in berein bis dahin und tschüss okei und die Untertitelung des ZDF für funk, 2017